Ja, moin sind meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze und wir beginnen mal wieder mit der Base des Tages und zwar besuchen wir heute den coolen, also der coole Mroad, aka Mroad auf YouTube, Mroad 2, irgendwie so und ja, die Base sieht wie folgt aus, wir haben hier ein Rathaus Stufe 9, von den Mauern her oder von den Mauern bin ich jetzt nicht so großartig begeistert denn ihr wisst, meiner Meinung nach müssen die Mauern mindestens bis Rathaus 9 zumindest das Level des Rathauses haben oder er müsste auf jeden Fall mindestens Level 8 der Mauern haben, denn das sind dann auch die Totenkopfmauern, die zu dieser Base oder zu diesem Rathaus gehören oder passen äh, von dem her, joa, ich denke mal allerdings, dass es ein frisches Rathaus Level 9 sein könnte, denn wenn ich mir hier so die anderen Sachen drumherum so angucke dann ist das alles das, was ich auch auf, also fast alles jedenfalls, das was ich auch auf Stufe 8 noch schaffen könnte allerdings hätte er die Mauern auch auf Stufe 8 schon hätte machen können äh, das wäre meiner Meinung nach auch noch drin gewesen, aber sonst sieht das sehr sehr gut aus nur die Mauern wären halt, Stufe 8 wäre ganz schön gewesen, weil das ist auf jeden Fall möglich mit Rathaus 8 und, ja die Base sieht ordentlich aus schöner Aufbau, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass das Rathaus selbst jetzt außerhalb ist verstehe ich auch nicht ganz, warum er das jetzt gemacht hat ähm, falls ihr eine Ahnung habt, warum manche ihr Rathaus außerhalb der Base platzieren schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren ich hab da keine Ahnung zu dann schauen wir uns mal die Einheiten an er hat, äh, die schon sehr sehr gut entwickelt Dragon Stufe 3 ja Hecker auch schon auf 3 ja, viel, viel weiter kann er da das Ganze nicht bringen ähm, Wutzauber auch auf 5 Heilzauber 5 äh, Blitz 5 Sprungzauber sogar auch schon auf 2 und Barbarin König auf 10 und Queen auf 6 joa wobei ich jetzt gerade feststelle wenn er die Queen schon auf 6 hat und man die Queen erst mit Rathaus 9 kriegen kann weil ich hab ja Rathaus 8 und ich kann die Queen noch nicht kriegen dann ist er schon lange auf Rathaus 9 und dann wiederum ähm, ja dann wiederum muss ich sagen war er wahrscheinlich zwischendrin mal sehr gerusht und hat ist jetzt aktuell so ein bisschen dabei, das nachzuholen denn das sieht ja alles grundsätzlich ganz gut aus aber das ist natürlich das hätte er auch schon auf Rathaus 8 alles hinkriegen können wenn ihr wisst, was ich meine aber wir wollen heute mal wieder nicht zu kritisch sein ähm aber ihr wisst genau, was ich meine so dann schauen wir uns mal die Bauarbeiterbasis an die sieht wie folgt aus Kanone 2 Kanone 3 Doppelkanone 2 Tesla kann ich nicht sehen Bogenschützenturm 2 Elixierlager 1 Elixiersammler 1 also das ist nicht dolle da bin ich deutlich besser hat er aber auch fast gar nicht gezockt nur 471 entweder der Emerald spielt nicht so viel oder er setzt auch, legt auf jeden Fall auf die Bauarbeiterbasis überhaupt gar keinen Wert äh, denn danach sieht das so ein bisschen aus das einzige, was er immerhin schon hat, ist die Juwelenmine die hat er im Gegensatz zu anderen Dingen äh, relativ früh so und das war's doch eigentlich schon mit der Base und äh, bevor ich jetzt hier großartig zocke eine Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte und zwar überlege ich demnächst mehr oder weniger regelmäßig wir müssen mal schauen, wie viele interessante Fragen reinkommen aber ich überlege die FAQs zu machen und äh, darauf wurde ich in der Zeit halt schon öfter angesprochen viele haben gesagt mach doch mal ein FAQ mach doch mal ein FAQ und ich denke mir ja gerne und ähm würde das gerne demnächst mal machen und dazu könnt ihr mir gerne jetzt vermehrt irgendwelche Fragen irgendwas, was ihr schon immer mal von mir wissen wolltet oder was auch immer mir in die Kommentare schreiben und ich werde sie dann in einem Video versuchen, nach bestem Wissen zu beantworten die Fragen und ihr könnt die Fragen stellen hier auf YouTube in den Kommentaren für die Leute, die vielleicht auch kein YouTube haben auf Instagram Facebook und Twitter auch gerne und ähm ja das war's eigentlich im Groben und Ganzen zu dem Thema was ich halt unbedingt ansprechen wollte ähm ich freu mich schon da drauf ähm ich werde dann halt so ein ja Clash of Clans Video machen wo ich wahrscheinlich zwischendrin hier äh bei der Bauarbeitbasis Angriffe mache und immer wenn wir dann warten müssen kann ich ganz gut Fragen beantworten und das denke ich das würde ganz gut passen irgendwie so stelle ich mir das vor ähm ihr packt am besten zu den Fragen den Hashtag MatzeArmy und das ist dann halt auch der Hashtag für das heutige Video und wie gesagt Facebook Twitter Instagram auch gerne folgen abonnieren liken was auch immer das alles mit all solchen Support könnt ihr mich unterstützen denn auch wenn meine Reichweite auf den anderen Plattformen größer wird wird meine Bekanntheit erhöht und ähm das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter selbst wenn es für euch nur ein Klick ist für mich ist es mehr und mir hilft das enorm und ähm der ein oder andere wird vielleicht äh gar kein YouTube haben kein YouTube Account womit er hier Fragen stellen kann der kann dann sowieso die anderen Plattformen nutzen und auch diejenigen die YouTube haben stellt mir gerne die Fragen auch über die anderen Seiten und ich würde mich freuen auf jeden Fall viele der Fragen werde ich wahrscheinlich sogar trotzdem in den Kommentaren beantworten aber ich werde sie dann halt auch einmal allgemein beantworten ihr könnt auch gerne Fragen die ihr interessant findet von anderen liken so dass ich sehe okay die Frage ist interessant also finden mehrere interessant das wäre auch nochmal eine ganz gute Nummer so können wir es machen und ich würde sagen äh jetzt hau nochmal einen Angriff raus wir müssen noch zwei Angriffe machen und wir wollen dann heute den entweder den Zerschmetterer oder ähm was wollten wir noch bauen die ähm den Kracher auf Level 3 Zerschmetterer auf 2 oder Kracher auf 3 so machen wir es und wir gehen jetzt erstmal ja wie gehen wir hier rein überleg von der Seite ehrlich gesagt hier rein zu gehen so zack 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 warum haut das mal weg dann kommen die nämlich auch an die an die Kanonen ran oh da das war nicht so gut komm haut den noch weg wenigstens den noch und dann da hinten kommt jetzt noch der Tesla ran alter sauber so da kommt die Kanone noch nicht ran ich hoffe dass die Kanone nicht da rankommen wenn die jetzt gleich von der hier angreifen aber ich glaube das könnte genau in der Range sein ja verdammt ey damn it er hätte trotzdem noch fast den die Base geschafft ich glaube das wird eine Niederlage sein jo er hat 50% geschafft wir können uns das mal angucken einfach auch interessehalber wie sie zur Zeit meine Base überlisten ja also mir fällt auf jeden Fall stark auf dass ich gefühlt gegen die Riesen nicht genug Damage raushaure aber trotzdem 50% das war ja jetzt nicht mega viel mehr als ich hatte aber ich habe halt nicht mal die Base bekommen das war halt ein bisschen blöd gelaufen so 45 Sekunden dauert es jetzt noch was wir nochmal machen können ist wir können noch ein wenig das ist halt noch ganz praktisch damit wir unsere Base vielleicht auch mal mittiger platzieren können und auch ein bisschen anders die Gebäude hinstellen können 17 Sekunden noch bis wir das nächste Match starten können aktuell können wir auch nichts weiter bauen ich habe mittlerweile mein Goldlager schon auf 8 jeweils und bringe ich jetzt sogar auf 9 wird heute auch noch fertig dann sind die schon sehr sehr weit und den Bogenschützenturm werde ich heute Abend auch nochmal starten der wird dann 2 Tage brauchen und den Magiaturm bringen wir aktuell auch schon auf 2 der wird heute auch noch fertig und was hatten wir noch was lief noch genau der Minenwerfer kommt auf Stufe 3 auch eine ordentliche Sache und den verborgenen Tesla werden wir demnächst auch nochmal starten weil der dauert auch glaube ich nicht so lange 3 Tage so schaut es aus so schaut es aus ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben was ihr von der Idee haltet mit den FAQ ob ihr da Bock drauf habt also es haben ja schon einige geschrieben dass sie da Bock drauf haben aber so allgemein kann jeder ja mal sein Senf dazugeben und wir versuchen sie jetzt nochmal hier den Sieg zu holen meine Freunde alter was ist der denn schon für eine Base das muss schon die nächste Stufe sein ETF ey das ist ja mal richtig eklig na komm alle rein da haut mal die Base weg ja sauber so 50% haben wir schon mal damit haben wir schon mal das was der andere eben gegen uns geschafft hat gut mehr kriegen wir nicht hin mehr kriegen wir nicht hin aber 55% ist kein schlechtes Ergebnis auf der Stufe gucken ob wir diesmal den Sieg nein oh man ey aber der Typ war auch schon viel weiter als ich was mich jetzt halt ärgert ist wir waren gerade auf einer Stufe dass wir hätten demnächst mehr Belohnung hätten kriegen können ach nee erst bei 1200 okay dann ist es sowieso egal die hat erst gepackt hier na also Barge scheint besser zu laufen als die Variante die ich jetzt hier aktuell bevorzuge und ich habe das Gefühl ich muss meinen Zerschmetterer weiter nach innen ziehen so können wir das eigentlich auch machen so geht es auch so stört der Zerschmetterer etwas mehr ich glaube das ist besser so hm aber ich werde die Strategie die er eben gemacht hat die werde ich beim nächsten Angriff auch mal ausprobieren weil er hat meine Base geräumt obwohl er sag ich mal keine besondere Strategie da hatte absolut nicht hat er einfach meine Base geräumt ey was für ein Arsch so wir können jetzt mal gucken ob wir nochmal eben ähm irgendeine Base abfarmen können zwischendrin wenn wir schon dabei sind hier er hat ordentlich Flocken da in der Mitte versteckt hm die Kohle könnte ich raus wenn aber ich brauche eigentlich ähm Elixier Elixier der hat aber und das ist vor allem hier in den Sammlern drin ok den probieren wir mal oh fuck da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet oh Jungs ey das war ja richtig geil leck mich am Arsch ja das ist aber alles in den Sammlern drin definitiv komm jetzt holt euch doch nochmal den einen da ey ihr seid doch so bescheuert nervt mich gerade richtig ne so wir holen uns jetzt die Seite hier noch denn dort haben wir sogar drei Elixiersammler so komm alles rein da Männer ey wollen die mich verarschen was haben die denn da gemacht egal lecko mio so ein Angriff geht jetzt hier drüben noch das war richtig kacke okay das war ja mal richtig kacke mir macht das Angreifen drüben auch fast gar kein Spaß mehr zur Zeit ich finde das hier viel geiler schön ratzfatz einfach wieder Einheiten produzieren kostet nix farmen ist festgelegt du kannst nicht mehr du musst nicht stundenlang suchen du kriegst sowieso so oder so dieselbe Belohnung mhm also schon cool für nebenbei so wir haben da den scheiß Stanzer der mir richtig auf den Piss geht allgemein aber was mache ich denn doch dumm so probieren wir uns mal auf die Variante so die Base haben wir auch das wird ein guter Angriff jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Tesla kriegen dann haben wir und der Tesla ist der wird ja gebaut ah geil wir haben 100% wie nice ist das denn das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt okay Strategie mit zweimal Archern und einmal 10er Barbaren haut mehr rein die ist gut die ist gut so die Hauptsache ist jetzt er kriegt nicht auch noch 100% hin bitte nicht sieg sauber hat nur 39% hinbekommen aber wir können leider noch nichts ausbauen von der Kohle doch die Kracher die Kracher dann bringen wir die Kracher auf jeden Fall auf Stufe 3 ja Leute das war es mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr Clash of Clans sehen wollt dann abonniert meinen Kanal damit ihr nichts mehr verpasst und ich würde sagen bleib stabil und haut da rein ciao ciao